Hallo, hier ist wieder euer Tombi und heute kam Boba Fett in Fortnite rein und ich hab mir gedacht, ey, wenn die schon meinen absoluten Lieblingscharakter aus Star Wars da reinböllern, ähm, ja, dann bleibt mir nicht viel anderes übrig, ne? Ja, von daher hab ich mir direkt geholt, wenn ihr den auch holen wollt oder halt andere Skins, dann gerne noch meinen Creator-Code nutzen, wäre natürlich super, super nett und damit geht's jetzt rein ins Video. Okay, dann machen wir mal, äh, landen wir beim Lumberjack-Ting. Boah, die Slate-One sieht schon richtig geil aus. Au, hier kommen einige mit, das sieht gar nicht gut aus, aber naja. Komm, ja, Trick 17, nice, auf der Kante landen und hier direkt runter, äh, wo ist eine Kiste da oben? Ah, geil, ist aufpackst, guter Start. Oh, da wird schon geschossen. Will ich noch eine normale Waffe haben? Ich will auch noch eine Kiste. Komm, wir holen uns noch eine Kiste und dann geht's rein da. Alter, nochmal Softlex, wie gut ist das denn? Ah, ah, ah. Kann gut sein, dass ich hier... Ja, das sind doch auch Bots, oder? Kann gut sein, dass ich hier häufiger mal gegen Bots komme. Weil ich halt auch Ewigkeit nicht mehr richtig gespielt hab. Wir sind auf jeden Fall noch... Jo, da ist einer. Wir sind auf jeden Fall noch mehr. Oh mein Gott, ich treffe nicht! Wo ist er, wo ist er? Da ist einer. Nice, ja, nice! So, komm, nehmen wir alles mit. Das ist auch schon der Nächste. So. Da ist er, da ist er. Okay, ich glaub, jetzt haben wir... Ich glaub, wir haben erstmal alles. Da ist noch der komische Hai, aber der macht nix. Hier ist irgendwo einer. Ah! Ich glaub, der wurde vom Hai gesnackt. So, 27 Feinde noch. Wir sollten uns mal ein bisschen umgucken, ob hier noch was ist. Scan-Modus aktiviert. Ah, ist schon cool, ey. Keine Feinde in Sicht. Okay. Ich glaube, wir können weitergehen. Oh, das könnte gut sein. Nehmen wir mit. Was ist denn das jetzt? Audio-Lock. Na, okay, irgendein Quatsch. Okay. Ähm, ich bin nicht so drin in Fortnite, aber man merkt schon... Äh, ist schon lange, 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 lange her, dass ich das richtig mal gespielt hab. Ein Boba Fett braucht aber natürlich auch seine geilen Thermaldetonatoren. Deswegen nehmen wir mal die Granaten mit. Da waren da noch welche. Ja, hier, okay. Ah, noch mehr Blue Life. Was mach ich denn jetzt? Äh, komm, wir legen die Sniper weg, glaub ich, oder? Ah, ich weiß nicht. Wir machen mal so. Ah, jetzt noch ein Geschenk. Geil, komm, irgendwas Geiles. Oh, nice, 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 nice. Das ist richtig gut. Und noch mehr Blue Life. Ja, richtig gut. Ah, da ist noch ein Loot-Drop. Okay, komm, wir gehen auch noch zum Loot-Drop. Ich hab einen Schuss gehört. Irgendwo schießen sie, ja? Ich hab keine Ahnung. Hier ist auch dieser doofe Wolf, der nervt mich. Ich geh einfach mal weiter zum Loot-Drop. Ich glaub, der hat auch nicht auf mich geschossen. Ich bin mir nicht sicher. Ja, schon was Geiles raus, oder? Ja, die... Ja. Komm, wir nehmen mal die AK mit. Softpacks kann ich, glaub ich, jetzt echt nicht mehr mitnehmen, oder? Nee. Komm, wir lassen sie liegen. Okay, Leute, wir müssen in die Zone. Am schnellsten geht es mit dem neuen Sliden. Wuhu! Und zack. Oh, ähm... Nochmal. Und los geht's! Juhu! Na, ich glaub, das ist fast langsamer als Laufen. Oh, da ist einer. Komm. Nein, nein. Nein, nein. Ah, Mann, ey! Ja! Mein Gott, ey. Ich bin richtig scheiße momentan. Hat der irgendwas Geiles dabei gehabt hier? Aber ich hab eigentlich... Ich hab eigentlich ein richtig gutes Inventar, würde ich behaupten. Ich bin halt echt nicht in der Meta drin, was hier gerade gut oder schlecht ist. Aber ich... Ich behalte einfach meinen Kram. Wow, 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 wow. Ich glaub, wir gehen mal so ein bisschen links rum. Das gefällt mir gar nicht. Der könnte mich jetzt mies abcampen. Ich bin nicht in der Zone drin. Und der schon. Ist die Frage, wo der jetzt genau war. Der hat einen Sniper. Das ist nicht so gut für mich. Okay, komm, bauen wir uns hier mal so ein bisschen hoch. Wo ist er? Oh, 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 da kommt er. Ich treff nix, ne? Ich treff gar nix. Oh nein, der kann bauen. Der ist krass bestimmt. Komm jetzt. Oh ja. Nein. Oh mein Gott, Alter, den Zweiten hätte ich haben müssen. Aber... Uh. Komm, der hat irgendwas Geiles. Was ist denn der Jungenbrunnen? Komm, das bringt, glaube ich, normales Leben, oder? Komm, Jungenbrunnen rein und go. Weiter, 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 weiter in die Zone erst mal. Boah, der Jungenbrunnen hat mir jetzt irgendwie nix gebracht, oder? Mist. Ja gut, Blue Life kriegen wir erstmal voll. Vielleicht hat er da noch irgendwas anderes zum Heilen. Äh, bricht der Jungenbrunnen da ab, wenn man in der Zone Schaden kriegt? Ist das nicht fürs Heilen? Ich... Ach, Mist. So, hat der Boy noch irgendwas? Ich glaube aber, der hatte nix mehr, oder? Eine Heilung. Irgendwie normale Heilung. Normale Heilung, normale Heilung. Schönen guten Tag, hallo. Ein paar Granaten, aber mehr nicht. Mist. Okay, vielleicht hier im Haus. Vielleicht haben wir hier nochmal Glück. Und hier liegt irgendwo noch ein bisschen Heilung rum, oder so. Das wäre richtig geil. Na, hier ist leider gar nix. Schade. Ich glaube, wir laufen mal so ein bisschen auf die obere Hälfte. Ich will jetzt gerade nicht in den Kampf verwickelt werden. Wir spüren es denn defensiv. Hier ist noch... Ah, ein Hühnchen. Boba Fett hat ein Hühnchen entdeckt. Und will es essen. Warum muss er denn da zweimal drauf schießen? Und wie bringt das? Ein bisschen was? 15. Ja gut, immerhin. Komm, da können noch was sein. Ah, warte. Hier sind Kisten. Bringen die normales Leben? Ja, die bringen normales Leben. Okay, geil. Geil, 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 geil. Okay, komm. Jetzt nochmal irgendwie was Geiles hier. Ah, Biggie ist nicht schlecht, aber... Normales Leben wäre natürlich noch geiler. Ah, ja, 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 ja. Jetzt ist mal der Jungbrunnen wieder. Komm, nimmste. Halte dich jetzt voll. Ja, perfekt. Oh, Saufpacks auch nochmal. Ja gut, die lassen wir erstmal liegen. Wir bauen uns hier mal so eine ganz sneaky Hütte. So. Was sieht der gute Boba Fett? Da läuft einer. Da läuft einer. Okay, komm, jetzt gut treffen. Nice. Nein, nein, nein. Ja. Komm, noch ein, 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 zwei Hits. Ich treffe nicht. Mann, nein, der ist weg. Treffe ich denn nach? Schade. Wir müssen noch in die nächste Zone kommen. Hier sind... Spider-Man. Er ist irgendwo hier. Aber wo? Oh nein, jetzt habe ich mich eingebaut. Och Mann, warum kann ich das denn nicht? Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht. Warte, wir scannen nochmal. Boba Fett scannte das Gebiet. Doch er sah keinen Feind. Oh, doch, er sieht einen Feind. Ah jo, alles klar. Ja, so soll es laufen, ne? Hier oben ist noch irgendwo... Aha, da schwingt der Spider-Man wieder. Hier oben ist auf jeden Fall irgendwo noch der Typ, der den anderen bekämpft hat. Aber wo? Ah, ja, 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 okay. Komm, den holen wir uns. Schön. Oh shit, der baut direkt zu. Wir müssen auch selber in die Zone kommen. Wir müssen ein bisschen grad gucken. Oh, der editiert. Oh nee, das ist so ein Editiermann. Der weiß, wie es geht. Komm. Oh shit, 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 die Zone. Ich mach keinen guten Kram grad. Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Okay, der ist hinterm Baum für mich jetzt. Wir müssen auch in die nächste Zone. Es sind nur noch vier Leute. Und wir versuchen erstmal irgendwie in die nächste Zone zu kommen. Da war, da war einer, oder? Da war einer hinterm Baum, ja. Komm her. Ah, den haben wir gut gegeben. Das war stark. Okay. 13 Sekunden. Wir müssen jetzt leider ein bisschen pushen. Ich hab ein bisschen Angst vor dem Typen, der im Spider-Man-Haus sitzt. Wir haben noch das Jump Pad. Warte mal. Wir haben noch das Jump Pad. Vielleicht bauen wir das jetzt hier hin. Dass wir da rüber kommen. Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal in die Zone rein. Das ist das Wichtigste. Im besten Fall hier hinter dem Baum irgendwie. Ja, der Spider-Man-Mann springt auch irgendwo lang. Da vorne ist er. Der pusht, glaube ich, den, den ich angeschossen hab, oder? Wo ist denn der? Ey, da läuft er ja lang. Guten Tag. Oh mein Gott. Wie kann man nur so daneben schießen? Jetzt haben wir ihn. Oh. Oh, oh. Kommt der pushen? Kommt der pushen? Ey, es sind nur noch drei Leute. Es sind nur noch drei Leute. Nice. Oh mein Gott. Geil. Es ist nur noch einer. Es ist nur noch einer. Er ist hier auch irgendwo. Da ist er. Oh mein Gott. Ja. Ja. Oh. Gute Hits. Gute Hits. Der Malde-Donator drauf. Der Malde-Donator. Los, komm. Granaten trefft, 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 trefft. Gut, das habe ich euch mitgebracht. Jawohl. Als ob. Das gibt's ja gar nicht. Direkt mit dem Boba den ersten Sieg geholt. Das war die erste Runde, die ich versucht hab, ne? Ich hab in der Season noch nicht einen einzigen Solo-Win gehabt. Das ist mein erster Solo-Win. Überhaupt. Sehr gut. Ey, von daher. Das war's mit dem kleinen Fortnite-Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich hat das alle ganz viel Spaß bei dem guten Boba Fett. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.